Musik Es geht um die Zeitspeise. Und Zeitspeise ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, über Sachen, die man essen kann, im Verlauf der Zeit zu berichten, wo sie herkommen. Ich lese mal vor, was hier so steht. Woher stammen die Speisen, die wir heute in Supermärkten, Restaurants und Imbissbuden finden? Genau wie in unserem Podcast werden wir euch auf eine spannende Zeitreise mitnehmen. Ihr dürft auf eine interessante und hoffentlich unterhaltsame Show mit vielen Überraschungen gespannt sein. Auf der Bühne sitzt Kai. Ihm fehlt noch Strom. Und ihm fehlt noch sein Mit-Podcaster Christopher. Wir warten. Was passiert? Hier kommt der Jan. Da ist Strom schon mal. Kai, derweil machen wir ein kleines, spontanes. Du hast eine so hübsche Jacke an. Was ist das für eine Jacke, die du trägst? Das ist eine normale Kochjacke. Also Arbeitsbekleidung von Berufsköchen. Was zeichnet eine Kochjacke gegenüber anderen Jacken aus? Gute Frage. Ja, deswegen ja. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe die irgendwann mal geschenkt bekommen, weil ich gerne koche. Und heute hatten wir das mal als Kostüm angedacht. Das Besondere bei der Kochjacke, meine ich, sind immer diese Knöpfe. Das sind so komische Achten oder sowas. Nee, ach so. Ja, aber die kann man ja rausmachen. Mag sein. Was? Das hast du gar nicht wahrgenommen. Also es wird doppelt geknöpft. Vielleicht ist das dann besonders fest und stabil. Du kannst die Knöpfe aus den Dingern rausmachen. Damit kannst du sie nämlich dann bei 100 Grad waschen oder so. Guck. Da weißt du mehr als ich. Guck. Warum interessiert dich eigentlich das Kochen so sehr? Keine Ahnung. Das habe ich eben schon von ganz klein auf angemacht und habe dann immer mehr ausprobiert. Das habe ich so ein bisschen von meiner Mutter, die immer sehr gerne auch internationale Kücherezepte ausprobiert hat. Und auch immer dann dieses Stöbern in Asialäden. Das ist ja noch nicht so lange, dass es an jeder Ecke so einen Laden gibt. Und ungewöhnliche Zutaten dann mal auszuprobieren. Und das habe ich irgendwann mal übernommen. Und versuche jetzt ausgehend vom Hobbykoch-Podcast eben alle möglichen Themen, weil Ernährung grenzt ja an ganz viele Bereiche des Lebens an. Und als der Christopher gefragt hat, ob jemand Lust hat zum Thema Geschichte und Ernährung und Essen, was zu machen, habe ich mich dann bei ihm gemeldet. Was ist denn so die große Linie der Geschichte des Essens? Ist das hin zu immer einfacherem Essen oder immer zu verfeinertem Essen? Ist das eher in Richtung Massenversorgung? Also möglichst viele Menschen sollen satt werden. Was ist denn so die Hauptlinie in der Geschichte? Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Es gibt ja immer Bewegungen und Gegenbewegungen. Gerade bei Ernährung gibt es ja immer neue Philosophien, muss man sagen. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, dass sie herausgefunden haben, welche Art der Ernährung besonders gut und besonders passend ist. Und es gibt ganz viel Entwicklung, dass Essen industriell hergestellt wird im großen Maßstab. Aber auch wieder Menschen, die sehr ursprünglich mit einfachen Zutaten und Schritt für Schritt von Grund auf die Speisen selbst zu bereiten. Wir haben gerade im Podcast davor solche Fertig-Schnell-Fertiggerichte gesehen, wo im Wesentlichen etwas Trockenes mit Wasser übergossen wird und das ist dann Essen. Ist das für dich auch Essen? Ich muss ehrlich gestehen, ich wundere mich immer, Menschen denken immer, ich mache jeden Tag viergängige Menüs, aber ich esse auch gerne mal ein Fertiggericht. Diese Terrinen nicht unbedingt so gern, obwohl da auch nicht. Ich habe eben nochmal drauf geguckt, es ist nichts Schlechtes drin. Es ist halt einfach Wasser entzogen und ausgelegt, dass es relativ schnell gart. Von daher hätte ich jetzt auch, ich habe es ja auch probiert, ich hätte keine Probleme sowas zu essen und ich esse auch Fertig-Pizza oder backe mir mal irgendeine Kartoffeltasche oder sowas auf. Von daher ist das, man hat ja auch nicht immer Zeit und Lust, was zu kochen. Letzte Frage, wenn man viel selber kocht, bedeutet das ja auch, dass man die Küche ziemlich verhüstet und man muss immer viel aufräumen. Wer macht denn bei dir sauber? Das muss ich leider selber machen. Es gibt da niemand anderen, so wie hier ein wundervolles Team und sehr aufgeweckte und gute Leute, die dann eben auch mal mit anpacken, wenn da die Späne fliegen oder die Schalen und da mal was weggekehrt werden muss. Alles klar. Dankeschön für diese einleitenden Worte. Ich bemerke, dass die Bühne eine gewisse Reife bekommen hat und gebe sie jetzt frei für Kai und Christopher. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Live Show. Heute mal live vom Podstock 2018. Christopher und ich haben uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, unseren relativ neuen Podcast heute mal hier vorzustellen. Aber vorneweg wollen wir uns erst mal vorstellen, falls ihr jetzt nicht wisst, was wir sonst so gemacht haben. Magst du anfangen, Christopher? Genau, ich bin der Christopher und ich mache vor der Zeitspeise, habe ich mit den KulturpessimistInnen angefangen, Filme und Serien, dann den Countdown-Podcast, gehe zum Raumfahrt und genau, ich mache so ein buntes Themenpotpourri. Und da ich gerne mich mit gutem Essen beschäftige und Geschichte studiere, habe ich das beides verbunden und gesagt, okay, ich muss was über die Geschichte des Essens machen und dazu brauche ich ja jemanden, der auch kochen kann. Und dann habe ich den Kai gefragt und der Kai hat sich bereit erklärt, mit mir die Zeitspeise zu machen. Wir senden, wenn es nach Plan läuft, jede Woche eine Folge, alle 10, 20, 30 Minuten. Also was häppchenweise, das war alles vom Pumpernickel. Ach gut, ich habe das nur gerade gesehen, das sah nicht gut aus. Nee, das ist der Maffisch. Alles gut, alles gut, kommt gleich. Genau, und wir reden immer über ein Gericht abwechselnd. Also einmal erzählt Kai was, einmal erzähle ich was. Wir hatten schon Folgen zur Butter, zur Birne Helene, zum Hummus, zum Lapskaus und genau, erzählen immer einmal die Geschichte des bestimmten Gerichtes. Genau, und heute haben wir ja die außerordentliche und schöne Gelegenheit, unsere Hörerinnen und Hörer hier vor uns zu sehen. Das wollten wir dann auch gleich nutzen, den großen Makel unserer Sendung auszugleichen, dass wir nämlich über sehr viel leckere Dinge sprechen, die man dann aber beim Hören nicht probieren kann, es sei denn, man hat es zufällig gerade im Haus. Darum haben wir auch ein paar Spezialitäten mitgebracht und wir werden also jetzt nicht sofort am Anfang, aber gleich so ein paar Dinge zum Probieren geben. Genau, also deswegen sind wir auch kurz vor dem Abendessen, damit alle noch Hunger haben. Und ich weiß nicht, wie das jetzt so ist, weil hier das Konzept vom ewigen Buffet, eigentlich hat ja niemand irgendwann Hunger, aber es ist portionsweise und sind teilweise neue Sachen und teilweise auch Sachen, die wir schon besprochen haben. Das erklären wir dann aber an dem jeweiligen Punkt. Genau. Dann können wir einfangen mit dem ersten Thema, oder? Genau. Habe ich noch was vergessen? Nein, genau. Dann fange ich an mit dem Thema Limonade, weil es ja Sommer ist zum Glück warm und da gibt es ja nichts Besseres als Limonade. Und genau, die Geschichte der Limonade ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, das wollte ich mir immer mal sagen. Limonade braucht man halt hauptsächlich zwei Zutaten zu, einmal Zitronen und einmal Zucker. Und beides wuchs vor allem zuerst auf dem indischen Subkontinent. Deswegen gab es die ersten Limonaden in Indien und ja, was die Vorläufer des heutigen Indiens sind. Dort vor allem eine Limonade, die nennt sich Nimbupani oder auch in anderen Sprachen Shikandjwi. Und das ist eine Limonade, die aus Zitronensaft, Ingwer und ja, Salz und Pfeffer und Zucker gemacht wird. Also so eine sehr würzige Limonade. Dummerweise, ich habe die Flasche nicht gefunden. Ich habe so viel Zeug gemacht, das werden wir heute während der Sendung alles nicht wegbringen. Ich werde dann auch beim Abendessen noch ein paar Sachen rumgeben, damit alle da in den Genuss kommen, wenn es jetzt während der Sendung nicht passiert oder wenn jemand noch mehr will. Da habe ich auch noch diese indische Limonade kurz vorbereitet. Genau, und die gibt es ja. Gibt es dort seit mehreren tausend Jahren. Da gibt es auch keine wirkliche schriftliche Überlieferung, wann das angefangen hat. Und die ersten schriftlichen Überlieferungen tatsächlich von Limonade kommen aus dem Jahrtausend nach Christus aus Ägypten. Also dann über den arabischen Raum ist dann der Zitronenbaum und irgendwann auch der Zucker oder Honig hatte man ja auch als Zuckersatz nach Ägypten gekommen und dann auch ins Römische Reich. Und man geht davon aus, dass die Zitrone etwa 700 nach Christus aus Asien nach Europa gekommen ist. Und eine frühe, sehr bekannte Form der Limonade ist das sogenannte Posca. Das ist römische Legionärslimonade. Und da habe ich tatsächlich was dabei. Das ist die kleine Flasche dort. Genau, der Kai wird jetzt mal euch was abfüllen. Da würde ich so zwei Finger reintun. Das ist schon ganz schön heftiges Zeug. Und dann mit Wasser auffüllen. Das ist tatsächlich nun mal Limonade, die aus Weißweinessig gemacht wird mit Honig und Koriandersamen sind auch drin. Und genau, das wurde vor allem in der Römischen Republik von Legionären getrunken. War dann auch irgendwann Standardration, dass man Weißweinessig mit Honig vermischt hat. Was natürlich einerseits ein wichtiger Lieferant von Kalorien war. Andererseits, was natürlich zu dieser Zeit sehr wichtig war, wichtiger Vitamin C Lieferant. Und es hat besser geschmeckt als normales Trinkwasser, was zu der Zeit man halt auch einfach aus den Bächen genommen hat. Und da wusste man nicht ganz genau, was da drin war. Und wenn man dann so einen schönen Essig drauf tut, dann werden die meisten Bakterien oder viele Bakterien noch abgetötet. Und es war tatsächlich verpönt, dass einfache Legionäre guten Wein getrunken haben. Das war dann so eine dekadente Angelegenheit. Das hat man als einfacher Legionär nicht gemacht. Andersrum, wenn man sich als römischer Offizier oder als hochgestellter Politiker mit dem einfachen Volk verbrüdern wollte, dann hat man Posca getrunken als Zeichen, dass man quasi auf einer Ebene mit dem einfachen Legionär war. Und genau, das kann man jetzt rumgeben. Das schmeckt, also wenn man jetzt Essig denkt, das ist schon sehr stark verdünnt und der Honig nimmt auch die Meisterschärfe raus, aber man muss es vorsichtig genießen, hat einen schönen Nachbrand. Nicht dran riechen, ich sehe schon einen Steffen, der guckt komisch, trinken und dann urteilen. Genau. Ich warte mal kurz ab, bevor jemand schreit. Du hast wahrscheinlich schon Christoph, ne? Natürlich. Ja, nein, nein, ich habe das, ich habe das alles vorher probiert, ich habe das, muss das abwechseln, deswegen weiß ich auch, dass das mit dem Essig sehr stark ist. Ich hatte dann irgendwie erstmal zu wenig Verdünnung und dann, ja, da schmeckt das schon sehr nach Essig. Das Interessante ist, wer bibelfest ist, ich habe ja gehört, es sind einige Vertreter der Kirche da, in der, in einem Evangelium wird ja geschrieben, dass Jesus auf dem Kreuz einen Schwamm mit Essig bekommen hat, zum Trinken. Das war keine Folter, wie man jetzt meinen könnte, sondern es war eigentlich eine Erfrischung, die man ihm angedeihen lassen wollte. Und man geht davon aus, dass das dieses Posca war, also die Legionäre, die ihn dort bewacht hatten, die hatten als wahrscheinlich ihre eigene Ration dieses Posca dabei, haben das dann auf einen Schwamm getan und dann Jesus zu trinken gegeben. Das war dann tatsächlich eine Mildtat, die die Römer da an dem leidenden Jesus vollzogen haben. Genau, also schon, ja, aus der Zeit etwa auch bekannt, also Römische Republik war ja ein bisschen vorher. Und der Geschichtsschreiber Girolamo Cardano hat 1562 die Stärke der römischen Armee drei Dingen zugeschrieben. Einmal die große Zahl der Abgaben, also dass die Armee gut finanziert war. Das zweite war, dass sie durch starkes Training dazu fähig war, lange Wege mit schwerem Gepäck zurückzulegen. Und das dritte war die gute Verpflegung, nämlich durch gesalzenes Schweinefleisch, Käse und halt dieses Posca. Also das Posca war wahrscheinlich auch ein Faktor oder so, beschreibt es halt dieser mittelalterliche Geschichtsschreiber, dass die römische Armee so erfolgreich war. Jetzt darf man das mit einer Sache nicht verwechseln, das habe ich nämlich schon im Vorfeld gehört. Es gibt auch ein Getränk, das aus saurem Wein gemacht wird, das nennt sich Lora. Und das ist was anderes als Posca. Also Posca wird tatsächlich aus Essig gewonnen, was ja auch aus Wein gemacht wurde, aber nochmal eine Gärstufe dahinter steht. Und der saure Wein, das Lora, das ist dann wieder was anderes. Jetzt wollte ich gerade mal reingrätschen und ein Stimmungsbild einfangen. So, gut. Ah, okay. Nicht gut. Ah, ja, gut. Wir haben drei gute, drei positive Meinungen und wer hat jetzt alles zwei, drei schlechte Bewertungen. Ich finde es eigentlich auch ganz erfrischend. Genau, es ist jetzt keine, keine so Zuckerlimo. Ja. Suchst du was? Wir wollten nur wissen, was der Diener macht. Der schaltet sich aus. Von uns aus macht er nichts. Wir brauchen den eh nicht. Soll er abhauen. Genau, genau. Das ist halt jetzt nicht so eine Zuckerlimo, wie wir sie kennen, sondern was halt, was man halt als irgendwie auf langen Märschen trinkt und ja, genau. Das ist das. Muss ich jetzt gleich noch marschieren. Genau, das ist, damit wir auch heute lange durchhalten. Elektrolyte sind ja wichtig. Ja. Die heutige Form der Limonade fing dann im 16. 17. Jahrhundert am spanischen Hof an. Klar, die hatten viele Zitrusfrüchte dort und kam dann auch nach Deutschland an den Dresdner Hof und dort gab es ein Limonadenrezept, was überliefert ist aus Zitrone, Rosen, Himbeeren, Zimt, Erdbeeren, Quitten und Hippokras. Und Hippokras ist eine Form von Gewürzwein. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil das waren mir zu viele Zutaten und ich wusste auch nicht, wo ich jetzt auf die schnelle Hippokras herbekommen soll. 1676 wurde dann die Kompanie der Limonadiers gegründet in Paris und die hatten tatsächlich ein Monopol auf den Limonadenverkauf. Und das war jetzt alles noch Limonade, wie wir sie heute haben, ohne Sprudel. 1767, also fast 100 Jahre später, nachdem die Kompanie der Limonadiers gegründet wurde, erfand der Engländer Joseph Priestley, das kohlensäurehaltige Wasser. Und dann hat man nochmal 100 Jahre gebraucht, bis man auf die Idee kam, das kohlensäurehaltige Wasser in die Limonade zu tun. Das war nämlich 1883 in Großbritannien. Und man kennt das ja heute, es gibt ja Soda, im Englischen gibt es ja Soda Water, was im Grunde einfach kohlensäurehaltiges Wasser ist. Und wir kennen ja eher so im deutschen Sprachgebrauch die Soda als ein zuckerhaltiges, geschmackshaltiges Getränk. Und das ist halt dieser Berührungspunkt, dass halt kohlensäure und Limonade zusammen kamen 1883. So, das ist jetzt noch alles ja, wild durchgemischt. Zitronen, Rosen, Himbeeren, Zimt und so weiter. Die klassische Limo aus Zitrone, Zucker und Wasser wurde im 19. Jahrhundert in natürlich Amerika erfunden. Nannte sich dort zuerst Slam and Squash, weil man ja die Zitronen gesquasht hat, also zerdrückt hat. Und es gibt ein Rezept von Henriette Davids aus dem praktischen Kochbuch für bürgerliche und feine Küche 1845. Und wer den Zeitspeisepodcast kennt, das ist bei uns so eine Art urkundliche Ersterwähnung. Also was für den normalen Historiker so Klosterbücher ist, sind für uns die Kochbücher. Und dort gab es ein Rezept mit ein Viertel Liter Zuckerwasser. Was interessant ist, weil dem Rezept nicht überliefert ist, was das Verhältnis von Zucker und Wasser ist. Einfach Zuckerwasser, frisch und kalt, den Saft einer halben Zitrone. Und das ist halt, genau, das kann man sich vorstellen, das schmeckt ganz gut, Zuckerwasser und Zitrone. Und genau, in den USA war es ja dann im 20. Jahrhundert verbreitet, dass vor allem kleine Kinder sich ein Taschengeld dazu verdient haben, dass sie sich diesen klassischen Limonadenstand gebaut haben. Kennt man ja auch aus den Peanuts Comics und dort auf der Straße dann Limonade verkauft haben und die Zitronenlimonade ist dadurch auch ein Zeichen des amerikanischen Unternehmergeistes geworden, dass halt die kleinen Kinder schon früh angefangen haben. Limonade oder Lemonade ist ja ein sehr weit verbreiteter Begriff. Es gibt aber in Bayern und die Bayern haben immer einen extra Begriff, wird Limonade auch manchmal Kracherl genannt. Und wie das entstanden ist, ist ganz interessant, weil früher wurde in Bayern Limonade nicht einfach mit Drehverschlussflaschen verkauft oder mit Kronkorken, sondern in Flaschen, die hatten einen kleinen dickeren Hals, wo eine Kugel drin war und dann hat man die Limonade mit Kohlensäure eingefüllt und durch die Kohlensäure wurde diese Kugel nach oben gedrückt und hat so die Flasche verschlossen. Kann sich das jeder vorstellen? Und dann hat man, wenn man da die Limonade trinken wollte, die Kugel reingedrückt und dann konnte man quasi ausgießen und dadurch, dass man die Kugel reindrückt und die Kohlensäure entweicht, hat das so einen kleinen Knall gemacht und das war dann das bayerische Kracherl. Deswegen, wenn man in Bayern einen Kracherl bestellt, bekommt man eine Limonade. Gibt es angeblich, diese Flaschen waren eine englische Erfindung, gibt es auch eine sehr schöne Folge vom Kuriosia Podcast und heutzutage gibt es glaube ich noch in Japan Getränke, die darin abgefüllt werden und in manchen Teilen der Welt gibt es das noch. Es war dann was Patentrechtliches, warum nachher die Kronkorken sozusagen in den Siegeszug angetreten haben, aber lange Zeit gab es halt auch hier diese Kugelverschlussflaschen in Deutschland. Genau. Aber die Kinder haben sie dann auch immer kaputt gemacht, um sich die Murmeln rauszuholen. Genau und das war jetzt die kurze Geschichte der Limonade. Ich habe jetzt in den zwei Bottichen da unten habe ich jetzt zwei Versionen von Limonade gemacht, beides Zuckerwasser und Zitrone als Basis. Bei der einen habe ich noch Minze reingetan aus heimischem Anbau, also von meiner Mutters Garten. Das ist die eher so grünliche Limonade und die rötliche Limonade, das ist Wassermelonen Limonade. Da habe ich auch erst mal so einen Zitronen Limonaden Grundsatz gemacht und dann einfach eine ganze Wassermelone durch den Mixer gejagt, die dann auch noch mal durch ein Handtuch gedrückt, dass die größten Bestandteile raus sind und ich war wirklich überrascht, wie schön das dann tatsächlich färbt. Das ist alles schon verdünnt, ich hatte dann Sirup gemacht, der war wirklich sehr knallrot und man hat kaum geglaubt, dass das ohne Farbstoffe auskommt. Genau und die könnt ihr euch beide mal abfüllen oder ich weiß nicht, ob das schon rumgereicht wurde. Nee genau, ihr könnt euch einfach selbst bedienen, Becher müssten da noch sein. Genau, vielleicht auch den Posca-Becher kurz so auskissen. Genau, ein bisschen Wasser ist noch in der Kantenkaraffe da. Genau und genau, also es gibt noch Wasser, falls es einem zu süß sein sollte, ist ja jeder Geschmack anders. Ich hab jetzt mal so auf meine, auf meinen Gaumen hin ausgerichtet, die Mischung. Genau und das war die Limonade und jetzt übergebe ich einen Kai, der uns was zu dem anderen Sommergericht des Jahres 2018 und wahrscheinlich auch 2018 vor Christus erzählen wird, dem Grillen. Genau, willst du vielleicht vorher noch erzählen, also das teilen wir jetzt auch aus, ne? Ah ja genau, genau das will ich noch ganz kurz vorher erzählen. Wir haben hier von einem Hörer, Luke Phillips auf Twitter, hat, ich hab nämlich beschwert, dass es in Deutschland keine Vermicellis gibt. Vermicellis wird in solchen Tuben verkauft, das ist Esskastaniencreme, also einfach Esskastanien mit Zucker. Süß, ja. Genau und das gibt's in der Schweiz und ich hab mich beschwert, dass es das in Deutschland nicht gibt und der Luke hat uns oder mir auf jeden Fall eine Kiste voll aus dem Mikro-Online-Shop zugeschickt und dafür herzlichen Dank und ich hab, das hat ja so Maronen haben wir eher so einen süß-kartoffeligen Geschmack und ich hab Gourmet Pumpernickel gekauft. Wer das kennt, das sind diese kleinen runden Pumpernickel-Scheiben, werdet ihr ja gleich sehen und das passt sehr gut zusammen, weil das beides so einen sehr dichten Geschmack hat, würde ich mal sagen, aber beides auch süßlich ist und genau, ich werd jetzt mal so ein bisschen Vermicellis auf Pumpernickel tun und dann so einen Schlag Creme Fraiche drauf und man kann natürlich auch, wir haben hier genügend Löffel, mal einfach einen Löffel wer mit Chalice probieren, wer das mag und wer auch Pumpernickel einfach so mag, ich hab da glaube ich so zwei Rollen von gekauft und das werde ich während Kai erzählt rumgeben. Genau, vielleicht um dieses Thema noch abzuschließen, ich hab auch noch eine Sache mitgebracht zum Probieren, wir hatten ja gerade erst die Episode über Lapskaus und da dachte ich, das gibt es ja in Norddeutschland, wo ich im Moment noch wohne, auch in Konserven, ich hab also zwei Dosen Lapskaus zum Verkosten mitgebracht, wer da Interesse hat, möge sich bitte melden, wir können das jederzeit aufwärmen, das ist ja das Schöne bei Konserven vielleicht zu fortgeschrittener Stunde, man sagt dem ja auch sehr, sehr heilende Wirkung zu, das wollte ich nur an der Stelle, bevor ich es vergesse, noch sagen. Genau, wir haben heute mal ausnahmsweise zwei Themen, damit jeder was zu erzählen hat, mitgebracht und wir dachten eben, zu diesen sommerlichen Themen passt ganz gut und noch ein zweites, nämlich das Grillen und ja, da ist jetzt die Frage, wo man ansetzt, im Grunde, wenn man das jetzt sieht als Garen von Fleisch über Feuer, ist es so die erste und älteste Zubereitungsart von Essen, die die Menschen überhaupt kennen, von daher, wie das Ganze entstanden ist, man geht davon aus, dass es an verschiedenen Teilen der Welt gleichzeitig entstanden ist, hat natürlich mit der Entdeckung oder der Nutzbarmachung von Feuer zu tun, in solchen Zusammenhängen werden ja gerne Geschichten von irgendwelchen dummen Zufällen erzählt, dass da Fleisch irgendwie ins Lagerfeuer gefallen ist und aus Hunger haben sie es dann trotzdem gegessen und festgestellt, dass das gar nicht mal so schlecht ist, andere Theorien gibt es noch, dass bei Steppenbränden dann eben Tiere auch natürlich ums Leben gekommen sind und dann eben unsere frühen Vorfahren auch aus Hunger dann eben diese sehr heiß gegarten Tiere verspeist haben und tatsächlich hat das, wird dieser Zubereitung sehr großer, großer Einfluss auf die Zivilisation der Menschheit gezogen, denn bevor die Menschen das Fleisch gegart haben oder unsere Vorfahren mussten sie eben sehr lange kauen, weil das Essen fest war und sie haben große Teile des Tages tatsächlich mit Kauen verbracht, hatten sehr lange Verdauungstrakt und seitdem man dann das Fleisch gegart hat, wurde das Ganze dann eben entsprechend bekömmlicher, leichter zu essen und man sagt eben auch dadurch, dass es leichter vom Körper aufgeschlossen werden konnte, dass eben die Menschen auch größere Gehirne sozusagen unterhalten konnten, die ja nun auch sehr viel Energie verbrauchen. Gut, das vielleicht so als Startpunkt, wie gesagt, überall auf der Welt gibt es Grill-Traditionen und eine der Ältesten wurde eben bei der Entdeckung Amerikas beziehungsweise Südamerikas entdeckt. Im karibischen Raum haben nämlich die Seefahrer, die dann dort hingekommen sind, festgestellt, dass die Eingeborenen vor Ort oder die Nativen, wie sagt man das politisch korrekt, die nativen Einwohner ihr Essen auf großen Holzgerüsten zubereitet haben. Sprich, es hat nicht direkt über dem Feuer gestanden, sondern es wurde Feuer gemacht und dann relativ hoch wurden dann solche Gestänge angebracht, auf denen das Fleisch sehr lange gegart ist. Das ist heutzutage ja auch wieder populär, dieses Slow-Cooking und Pulled Pork und Pulled Beef, diese Dinge, das ist im Grunde der Ursprung des Barbacoa, das Wort, das dann später auch in die USA in diese Abkürzung BBQ oder Barbecue eingegangen ist. Man weiß nicht so hundertprozentig genau, was das Wort bedeutet. Ich habe verschiedene Interpretationen gelesen, von Fleisch am Spieß über dem Feuergaren bis hin zu der gesamten Zubereitungsart, nämlich auch das Fell sozusagen der gefangenen Tiere abzuflammen und das dann eben auf so einem erhöhten Holzrost zu garen. Also Barbacoa. Es gibt noch eine andere Theorie, ich weiß nicht, ob das jetzt aus dem Wunsch der Amerikaner entstanden ist, das sehr viel fester mit ihrer eigenen Kultur zu verbinden. Angeblich sollen die Trapper, die ganz oft Franzosen waren in Mittel, nicht in Mittel, in den USA, die Büffel oder Bisons gefangen haben, das dann vom Bart zum Schwanz, also Bar-Ba-Kö. Mein Französisch ist ganz miserabel, aber daraus soll es dann durch Verschleifung zu dem Barbecue gekommen sein. Ich finde die andere Annahme, das ist eine karibische oder haitianische, habe ich auch gelesen, Wortursprung hat, viel plausibler. Genau, das Grillen ist dann auch diese traditionelle Zubereitung, das lange Garen, auch in Erdgruben wurde dann lange von den Sklavenarbeitern im Süden der USA betrieben, war also sozusagen etwas für die Arbeitenden und für die schwarzen Zwangsarbeiter und wurde dann später sehr oft mit Schweinefleisch, weil das natürlich im Vergleich zu Rindfleisch sehr günstig war, betrieben und da wurden dann ganze Tiere, ausgenommene Tiere über Erdlöchern auf Holzspießen gegart. Später ist es dann sozusagen, nachdem die Sklaverei dann auch abgeschafft wurde, ist das so zu einem allgemeinen amerikanischen Kulturgut geworden. Lange Zeit, es gibt so Bilder aus den Vierzigern wurde dann gegrillt in gemauerten Grillen, also so im Prinzip wie so ein etwas konischer Kamin, kennt man heutzutage teilweise auch noch und da ist dann der Grillrost drin, das ist natürlich relativ ungünstig, wenn es regnet und es steht natürlich immer im Weg rum und da hat dann 1951 oder respektive 1952 einen Amerikaner, der George Stephen, den ersten Kugelgrill erfunden und zwar hat er den Boden einer Seeburie genommen, hat dann einen Deckel passend dazu konstruiert und das dann eben auf den, so wie man es heute kennt, auf drei Beine und mit Rädern versehen und da die Firma, für die er gearbeitet hat, ein metallverarbeitender Betrieb, eine Firma namens Weber war, hat er es den Weber Grill genannt. Das habe ich jetzt auch bei der Recherche rausgefunden, dass der Weber Grill praktisch auch der erste Kugelgrill war Vogaab. Von daher war das dann lange Zeit in den USA, also ab 1951 sehr populär in Deutschland, interessanterweise, obwohl die zum Beispiel die Thüringer Rostbratwurst, die wurde ja 1450 entwickelt, wir durften sie ja zumindest noch hier probieren als Orga-Team, aber ich glaube die ersten, die angereist sind, haben auch noch welche abbekommen, aber so als sozusagen Freizeitvergnügen ist das eben auch in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg, vermutlich durch den Einfluss der Amerikaner, auch nach Deutschland gekommen, dass man eben so mal gegrillt hat als Event. Genau, genau, das war im Grunde schon alles, was ich zum Grillen erzählen wollte, ich wollte mich ein bisschen kürzer halten, der Christopher hat jetzt die sehr ausführliche Geschichte zur Limonade erzählt, jetzt ist der Christopher gerade am Verteilen, du wolltest glaube ich noch ein, zwei Dinge ergänzen zum Thema Grillen, falls du das noch machen möchtest, wäre jetzt die Gelegenheit, ich weiß auch gar nicht, wie wir in der Zeit stehen, ist sowieso alles jetzt verschoben, aber genau, ja was ich während meinen Studiums mal gelernt habe, ich hatte mal einen Kurs zur Gracious Generation, das ist ja so die Generation, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat und dann in der Nachkriegswelt aufgewachsen ist und da war das Barbecue eine ganz wichtige Familientradition, dass man in der Nachbarschaft, in den Suburbs dann gegrillt hat und das war tatsächlich dann auch eine Funktion, dass man Kommunisten herausfiltern konnte, weil wer sich an diesen Barbecues nicht beteilt hat, war verrächtig, genau, konnte kein richtiger Amerikaner sein und wer dann gekommen ist, der wurde natürlich dann auch ausgefragt, was machst du, was ist dein Beruf, was denkst du über die Welt und diese Barbecues waren dann ein wichtiger Zusammenkunftsort für die Nachbarschaft, wo man sich kennengelernt hat, weil man musste ja seinen Nachbarn vertrauen, weil es könnte ja ein Kommunist sein und da hatte der Barbecue auch eine ganz wichtige politische Funktion, das wollte ich ergänzen. Genau, so, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die nach dieser Sendung auf die Besucher und Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podstock warten, ich mache jetzt hier gerade noch wer mit Schellis so pur, wer es jetzt mal ohne Pumpernickel noch probieren möchte. Ich habe auch noch zwei Tuben davon, ich habe auch noch eine Flasche Minzlimo und ein paar Flaschen Melonenlimo, stell es einfach da hin, und genau, kann man zu mir kommen, beziehungsweise ich kann die auch einfach rausstellen, kann er sicher jeder bedienen. Wer es jetzt aus den Flaschen direkt nimmt, muss vorgewandt sein, das ist sein Sirup, also das wirklich 1 zu 5 verdünnen, also vielleicht so einen Fingerbreit in so ein Glas Gas und dann mit Wasser auffüllen. Genau, und jetzt haben wir noch einen dritten Programmpunkt. Ja, und zwar haben wir noch eine Schuld einzulösen, die liegt schon etwas weiter zurück, einige wissen schon, um was es geht. Genau, wir haben ja mal eine Folge über den Döner gemacht. Genau, und dann entstand auf Twitter eine Diskussion mit dem Klaus Backhaus, wenn er uns jetzt hört, hier sei er herzlich gegrüßt, der meinte, hier singt doch mal, da gibt es doch so ein Lied, Döner macht schöner. Und das haben wir in der Sendung ja auch erwähnt, angespielt haben wir es glaube ich nicht, aber ich habe ihm gesagt, wenn du dafür sorgen kannst, dass dieser Tweet 25 Mal retweetet wird, dann singen wir es. Leichtfertig. Leichtfertig, aber da der Klaus Backhaus ja auch über nicht geringen Einfluss in einem auch nicht sehr kleinen Podcast im Ferium verfügt, hat er das hingekriegt. Und jetzt müssen wir singen. Genau, ich habe hier auf meinem Laptop eine Karaoke-Version von Ich bin ein Döner vom singenden Friseur Tim Topee gefunden. Aus dem Jahr 2008 dauert drei Minuten sechs Tonart G. Stream aus, ne? Genau, Stream, Video kann ruhig anbleiben, das sieht bestimmt sehr lustig aus, aber bitte die Aufzeichnung und den Ton ausmachen, weil, geh mal. Ähm, da gibt's, gibt's, kann der ja mal vom Audio kommen? Genau. Und, äh, wir haben extra nicht geübt, weil ihr wolltet das ja alle so. Die 25 auf jeden Fall, die das retweetet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Cheers.